Ich bin Südenker Stefan aus Südtirol. Wir starten heute in der nächsten Tour. Wir sind jetzt hier in Lahner beim Parkplatz B4 bei der Gampenstraße und machen heute den Brandis-Wahlweg. Kämst mich! Jetzt haben wir einen gemütlichen Einkaufschwung gemacht, hier beim Brandis Keller. Jetzt genießen wir ein paar gute Rippeln und lassen es uns richtig durchgehen. Mal Zeit! Mittlerweile haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind umgekommen in den Oberlhänen. Der Weg hier rauf ist wunderbar zum Gehen. Also auch relativ einfach und leicht. Es sind rund drei Kilometer und ist super. Das einzige, was schon das ist, ist, dass es kein Wasser fließt. Das Wasser wurde eben untergehoben. Wir sind jetzt in den Oberlhänen umgekommen. Wir schauen jetzt einfach rein im Bus und fahren wieder zurück nach Niederlhänen. Und dann lassen wir ihn langsam anwärts. Liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank!